Man lernt ja immer dazu. Läuft? Läuft. Ja, gestern hatten wir ja schon mal das Thema 7mm PRC hier auf dem Geertesterfestival 2024. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das allererste Mal mit diesem Kaliber zu schießen. Aus einer Savage mit einem Proof Research Lauf und mit einem Leukold Glas. Und das ist bei meinem lieben Kollegen Jens Tickes lernen durfte. Zum Anfang, wenn man eine Waffe nicht kennt, macht man erstmal einen Trockenabschlag. Und ich habe natürlich mit einer Savage schon mal geschossen. Und hier gibt es halt einfach diesen schönen Abzug, diesen schönen Vorweg, dass ich da schön Kontakt aufnehmen kann. Und dann platt, habe ich ein Gefühl für einen Abzug bekommen. Und jetzt machen wir mal den ersten Schuss mit der 7mm PRC von Hornady. So sieht sie aus. Und dann... Zu ist er. Und dann... Der ist noch recht. Wie gesagt, die Hebel eben nochmal bewegen müssen. Und dann... Ginsen, verrät mir, du bist zufrieden. Ja, bin ich ganz klar. Und gar nicht das Gefühl. Ja, vielleicht hat man angekratzt. Ist so. Ja. Wie war das Schussgefühl? Wie war das Schussgefühl? Schussverhalten ist sehr gut. Also... Fürs erste Mal war das schon vom Gefühl her gut. Und... Der hat angefangen. Auf welches Logo hast du eigentlich raus? Schuss Nummer 3. Soll ich ja was sagen? Die sind im Allgemeinen eher tief. Der... Der hat den ersten Schuss gemacht. Und ich weiß, dass er auch 10 Schüsse hier rein lässt. Wer war etwa tief? Dann war tief. Ich habe ein gutes Gefühl. Gucken wir mal, ob mich mein Gefühl nicht täuscht. Schießen macht wirklich Spaß. Jens, wie habe ich mich gemacht? Hast du zugeguckt? War das jetzt besser als beim ersten Mal? Ja, sehr gerne. Du machst es dir halt leichter, wenn du die ganzen Auflagemöglichkeiten auch nutzt. Ja. Ja, okay. Gut. Also ich habe da oben hingehalten. Zwei sind gut. Der eine ist mir ein bisschen verrutscht. Aber dafür, dass man das erste Mal damit geschossen hat, du kannst ja mal ein bisschen ranzoomen da oben. Ne? Also... Ich denke mal, das kann sich sehen lassen, ne? Naja, das ist das Beste. Mein lieber Kollege... Franco hatte ja die Möglichkeit, mit dem Kaliber in Amerika auf ca. 400 Yards, oder Meter, schlag mich da, leg mich da nicht fest, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, einen Prongbock zu schießen. Und dieses Kaliber ist halt einfach für, so wie ich es lernen durfte, für die weiten Distanzen gedacht. Und vom Schussverhalten hat das wirklich Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt. Unser lieber Kollege Jens Bork hat ja gestern gesagt, dass es immer eine Zeit lang dauert, bis sie so einen Kaliber durchsetzt. Und ich bin mal gespannt, wie sich die 7mm-PHC hier bei uns auf dem deutschen Markt in Zukunft schlagen wird.